Im ersten Oslo für die rechten Aktion des Haftaus ist ein kleineres Ja, das ist ein Schatz. Und dann kommen wir zum Meer. Und dann gehen wir zum nächsten Mal aus dem Ostern, und dann gehst du hier in die Kirche. Dann sind wir auf der See zu gehen. Ja, aber es ist gesund, aber es ist so schön. Ich hab auch noch mal geschaut. Ach, das ist das. Ja, ja, ja. Da war ich ganz gut. Ja, da war ich ganz gut. Ja, da war ich ganz gut. Ja, da war ich ganz gut. Und dann machen wir das Kost. Ja, das ist ein 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 Kost. Ich glaube, ich bin jetzt denkbar, ich kann das Kost. Ja, das ist schon gut. Und dann denke ich, ich muss in die Kirche mit dem Kost. Und dann ist das kein Kost. Wir haben auch noch die Kost. bei der Kost. Vielleicht in den E-Band. Ich weiß nicht. Ich hab mal die Kost. Ja. Aber auch die Kost. Ah, um methodisch. E-Band. Ja. Dann kommt die Wacken mit dem Schrauben. Ja, genau. Ach so. Ach so. Jetzt fahren wir hier Seitenflug, die hochhandelt so ist die Grenztjäger, die hier abliegen, und wir müssen rauskriegen. Sehr glücklich, das ist ein bisschen hinten, das ist so, dass es wieder gibt zu viel. Ja, das ist so, ja. Da kann ich nur noch ein bisschen stehen. Das ist ein bisschen hinten. Ich würde gerne gucken, dass es von der Klinik ist, wenn man da weniger findet, Wo ist es? Die ist der, die wir mal in der Strecke stehen. Und sonst, der Rappen gleich ist. Zum Beispiel, der Fahrleiter. Ja, der Test ist wahrscheinlich nicht so ein Schiff, aber auch bei der Strecke stehen. Der Strecke bleibt nicht da. Aha, genau. Komm mal, wir sind da noch. 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 Wir sind von der Flussion an. Komm mal, wir sind da noch nicht richtig. Hier, dann kommt der Flussion an. Dann kommt die Flussion an. Die Flussion an. Komm mal, wir sind da noch. Wir sind da noch nicht. Er ist das nochmal.